hallo leute und willkommen zurück zu einer neuen folge von skyfactory 4 heute wieder alleine und ja ich habe noch mal nachgeguckt und ja das problem gefunden also wir brauchen hier osmium ember dazu brauchen wir quarz resin für das quarz resin brauchen wir das magmaschleim kristall haben wir einmal seelensand mit dem helle schmärte und sand haben wir einmal dann brauchen wir einmal moment hier ist magma cream dazu brauchen wir die zwei für blaze brauchen wir die schmärte und schwarz pulver aber nicht mehr habe ich aber schon einmal gemacht das heißt wir müssten ein theoretisch jetzt alles haben und das zusammenzustellen slimeballs und da kann man eigentlich alle nehmen glaube ich ansonsten das heißt wir brauchen die orangenen und die orangenen schleimblock erstarrter magmaschleimsatzling kriegt man ein paar punkte blue vielleicht punkte blue slime data aber ich habe keine blue slime data kann ich nicht glauben muss ja irgendwie noch dran kommen magmaschleimsatzling wenn ich den in die orangenen umsetzt perfekt ok machen wir sie wohnchen wie sie wohnchen haben wir haben ja bloß ein ha 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 aktuell doof ich hätte den ja auch kischten nehmen können ne ist noch keiner drin ok das heißt wir brauchen einmal 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 da im kaufmann nicht mehr steht LED kaufmann kaufmann curry kaufmann So und den drüber, jawoll jetzt haben wir einen Magmaschleim-Sitzling Leute, so und den setzen wir hier hin, jetzt haben wir nochmal ein bisschen Baumil, Knochen, Moment, Knochen, das Rezept hier löschen und einmal hier, machen wir zwei, so, geben wir dem mal ein bisschen Gummi, haha, jetzt geben wir dem Gummi-Sitzling ein bisschen Gummi, so, da haben wir 13, optimalos, so, jetzt Ember, Ember, dann brauchen wir Resin, dafür brauchen wir das, dann dafür brauchen wir das und dafür brauchen wir das, genau, so und dem, jetzt mal gucken, dem, das, das muss jetzt brennen, genau, so, das muss man jetzt brennen und dann kommen wir hier zu Resin, dann zu dem, genau, das, dann brauchen wir da ein, so, hier, Emerald-Sitzling, scheiße, mach bloß noch einen, äh, Magmaschleim und wir haben einen Quarz-Sitzling, it's it, wir haben den Quarz-Sitzling, so, jetzt müssen wir hier nur, das einmal wegnehmen, genau, mal hier, ja, und einmal den Quarz-Sitzling, jetzt haben wir den Emerald-Sitzling, jetzt haben wir den Emerald-Sitzling, das heißt, wir können jetzt auch Resin machen, wir können hier gerade mal hier mit dem, machen wir hier ein bisschen befeuern, und da ein bisschen Start haben, genau, und dann haben wir Osnium, Ember, hier, äh, ist noch kein Dings, Quarz, müssen wir mal, ah, das ist noch nicht einsortiert, deshalb, aha, das ist noch nicht einsortiert, bei dem da unten, Moment, äh, Folder, gut, kurz da hoch, ich muss nochmal so, und vor allem, ich muss noch Teil holen, vom Ordner, Ordner, machen wir sie, ich hab die da unten gesehen, aber normal reicht's ja auch, wenn die, weil ich nämlich die hier rein setzt, ausnehmen und wir führen ja hier dazu das heißt einmal durchgehen einordnen das zu machen genau und dann sollte der blau leer sein beziehungsweise die resinen nehmen wir jetzt einfach mal pumpen die hier rein haben wir nämlich schon mal 7 osmium ember mit den osmium embern jetzt hier her hauen die hier alle rein guck mal schnell zu weil es ist pyrotherium drinne und wir haben molten osmium mit dem molten osmium übergießen wir jetzt den metil und fortschritt 50% dauert moment und wir haben einen osmium sapling osmium einmal zwetschg das heißt die files können hier rein warum hat das zeit nicht abgezogen gute frage da wird es direkt raus gezogen der ist noch gar nicht gewachsen noch gar nicht gewachsen da wird es jetzt aber raus gezogen was wir uns jetzt legen genau hier vielleicht weil es zwei verschiedene sind ok das heißt wir haben jetzt osmium mit dem osmium jetzt habe ich nur ein problem hahaha ich habe Müll gebaut Geil Shit 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 Ähm Haben wir schon Sechs Quartz Wir gucken hier rein Drei Drei Nummer Hier Hier rein Hier ist Lava drin Dort ist ein tick länger Da drüben Ah Komm an Osmium Metallurgic Metallurgic Infuser Ja Alles bis auf Osmium Genau Molten Osmium Go True True Osmium No Pinkops Das heißt Talubi Infuser Hilt uns da noch Iron Iron Hilt uns da noch Hilt uns da noch Hier haben wir ein bisschen Da haben wir ein bisschen Genau Eins Drei Drei Vier Genau Da haben wir ein Metallurgic Infuser Metallurgic Infuser Metallurgic Infuser Ähm Jetzt ist die Frage wo setze ich den Deutsche Leute 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 Guten inal Generator Nimm mal die Zähne Kohle 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 Wir gehen da ran. Jawoll. Jetzt brauchen wir wieder Redstone und Iron, glaube ich. Hier noch. Hier haben wir noch Osmium. Hier haben wir Kupfer und brauchen wir mal Iron. Denn wir wollten, was wollten wir machen, für was brauchten wir einen Metalluric Infusor. Metalluric Infusor, auch zum Beispiel für die ganzen Blocks. Aber wartet mal, wie heißt das nochmal? Packed Blocks gehen. Packed Blocks, die Blöcke, brauchen wir das Teil. Und für das Teil brauchen wir, das können wir schon machen. Warum haben wir uns noch nicht mit denen beschäftigt? Diamant. Redstone. Da, ja. Das kriegen wir hin. Okay. Äh, Redstone wollten wir noch holen. Irgendwas wollten wir noch machen. Ähm, Redstone. Genau. So, jetzt gehen wir mal dahinter. Äh, Redstone. Einmal Iron. Und was kommt da raus? Bin ich jetzt gerade on safe? Angereicherte Legierung. Okay, mit der angereicherten Legierung. Können wir ja dann eigentlich fast. Mal was essen. Ähm. Ähm. Snacken. So. Iron hier rein. Den rein. Kann man da gleich nochmal zwei machen. So. Dann. Dann. Wollten wir. Für die. Kompromiss. Überschmierten. So. Die brauchen wir. Brauchen wir den. Genau. Börsener shrink it. Und dann brauchen wir für den. Die. Da haben wir den. Ähm. Moment nochmal. Die brauchen wir. Dies. Dies. Und. Dies. Äh. Ich hab keinen Blaze. vermiss. Und. wie zubi ich kann Blaze? Wie zubi ich kann Blaze? Ähm. Wie zubi ich kann Blaze? Ähm. Tam also. Ähm. ja und ist jetzt was wird denn da jetzt redstone torch das teil ah mein gameboy mein gameboy fehlt mein gameboy so place 4 of each other to create a mini man ok dann machen wir das mal hier ok und dann moment die brauche ich multi block iron und redstone 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 brauchen wir noch ein paar iron blöcke da und und mitte nicht jetzt gut nochmal iron in the pearl aaa ok mal rackblock missing fill projektor missing fill projektor missing fill projektor aaa der scheint weit drüben oder ach du schüttel ich muss den soweit hintersetzen grüne neune grüne neune ja leute wenn das so ist dann muss ich jetzt hier erstmal ein bisschen eine größere plattform bauen und ja dann schauen wir mal hoffe euch hat es gefallen und bis zum nächsten mal tschau tschüss der der